Sekunde irgendwie früher Genau Nein, jetzt bin ich in der Dauerschleife Genau, setz dein Portal einfach um So Und dann Musst du jetzt auch einfach Achso, du bist schon da Doch irgendetwas stimmt nicht Hat der Tanz Irgendwelche Auswirkungen auf euch? Hallo Hallo Ernst Und ja, dann noch paar Level weiter Genau, noch zwei Level verbleibend Ein kleines Ritten Dafür aber die schnelleren Schritte Ich fiel zu langsam Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das Blue Du bist das beste Roboter-Modell Dessen Entwicklung Aperture Science je angestellt hat Okay Okay Wir müssen gleichzeitig springen So, es ist einge... Okay Eins Eins, zwei, drei Shit Ja super Ja super, wir haben die Portale zu hoch gesetzt Warte, ich muss doch mein eigenes Portal selber Also ich muss dein Portal noch setzen Und du deins So, und jetzt musst du da drüben noch eins Genau Dann da oben halt eins Gut Fassen Oh, fail Erstmal ausprobieren Ne, ist noch zu hoch Die müssen da eigentlich das Ähm, mit den ganz vielen kleinen Genau Warte, ich teste mal kurz aus Ja, dein passt schon so Gut Oh Oh, nein Ein Laser Ähm, ich weiß schon Wie es geht Und ich mag dieses Level gar nicht Und zwar Ähm Mit der Zeit Genau Gehen diese Pressen dazu So Wir müssen jetzt erstmal warten Bis die Pressen bis ganz nach hinten Fertig sind Ach was Viel Spaß beim Sterben Es geht nicht Ich hab das Level vor so paar Wochen gemacht Und Okay Achso Du musst jetzt da oben drauf Ganz schnell Bin Scheiße Ich will nicht verrecken Nein Ähm, okay Kurz gucken Das da fährt Das da hoch Wozu brauchen wir das? Ach genau Ich sollte hier Das da vielleicht Mal machen für dich Oh So gut, okay Ne, weil wenn das dann passt Dann musst du Nachdem es hochgefahren ist Musst du jetzt sofort runterjumpen Jump runter Mal sehen was passiert Shit Ähm Du solltest eigentlich gegen dieses Ding da knallen Okay, das schleudert mich dann hier gegen Was mich wiederum hier hoch befördert Ich bin damit noch nicht ganz einverstanden Geh drauf Nein 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 Ich hab's Ich weiß nicht wie ich diese Tests noch einfacher machen kann Ich hab's gerade eben gemerkt Okay, machst du's mal Irgendwie Okay, scheiße Ähm Tu du einfach mal Würfel machen Und Ich probier mal aus Ich probier mal aus Ja, du solltest Lass den Würfel da Alter Ähm, du solltest jetzt mal da Die Portale setzen Damit der Laser auch wirksam wird Risiko Ähm Du solltest die restlichen Portale auch noch setzen Ah, verdammt Ich lauf irgendwann dagegen Au Der auf hier Dann muss der auf hier Genau Und du musst den aber halten Und ich würd jetzt nicht unbedingt reinlaufen Yay Echt jetzt? Hätt ich nicht gedacht Ähm, okay Nimm nochmal Data weg Go, go, go Go, 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 go Ähm Ich weiß nicht wen ich lieber mag. Die Brecher die euch zermalmen und ihre Montageeinheit, die euch neu montiert, damit ihr wieder zermalmt werdet. Da, du kannst durch mein Portal laufen. Dann geht's schneller. Ja, eigentlich wieder dasselbe. Der eine muss durchlaufen und der andere drückt den Button. Ah, okay, ich hab ne Idee. Ähm, ich weiß eigentlich grad nicht, was das helfen soll. Okay, du hättest vielleicht ein Portal setzen sollen, oder? Nee. Mach nochmal kurz auf. Ja, da drin ist keine Möglichkeit, ein Portal zu setzen. Ähm. Sprich, wir müssen möglichst schnell... Ah, ich weiß was. Der Würfel. Was heißt, ist der Würfel hinüber? Da, der Würfel ist noch da. Wir lassen einfach den Würfel. So, und zwar... Nein, nein, nein. Warte. Ich weiß, wie's geht. Und zwar einer muss jetzt einfach der Portal sich dahin setzen, setzt sich das da oben hin. Der andere stellt sich schon vor das Ding da drin. Also vor das Tor da. Und der andere Platz, äh, der andere nimmt schnell den Würfel und tut dann einfach den Würfel drauf fallen lassen. Nein, fail. So solltest du nicht aussehen. Ja, das fallen lassen sollte eben auch noch irgendwie... Ähm, genau, einfach so. So. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Ah, okay. Und danach sind wir dann eigentlich fertig. Oh, ein Schusskünstler. Kann ich leider nicht mithalten. Bin nur ein Balletttänzer. Oh. Okay, äh, findet die Disc, oder? Ja, wieder findet die Disc. Und die sind eigentlich nicht allzu schwierig. Bis auf später, da werden ein bisschen anspruchsvoller, aber... Wirklich schwierig sind sie nicht. Warte aufs Partner. Ja, bei mir lädt's grad noch. Mit erstaunlichen fünf Frames. Oh. Ihr Forschungspartner ruft. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Level. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Ähm. Die richtige Antwort lautet, null Sekunden. Ich weiß es schon. Und zwar, du musst den Knopf drücken. Ähm, Knopf? Wo ist nochmal der Knopf hier? Genau. Damit das runterfällt. Ne, warte. Ähm. Genau. Wir müssen beide gleichzeitig springen. Guck, du musst dein Portal da hinsetzen. Äh. Äh. Nein, 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 nein. Oh. Guck, warte, setz dein Portal da unten hin halt. Da hin. Neben eins. Ah, hier ist auch was. Und du musst dann einfach jumpen und dann aktivierst du den Knopf und dann muss ich jumpen. Okay. Eins, zwei, drei, los. Warten. Shit. Zu spät. Ähm. Okay, einfach nochmal. Wir sollten auch warten, bis ein Würfel auch kommt. Weil sonst bringt das nicht sehr viel. Ah, okay. Nee, du musst nur einmal irgendwann den Button gedrückt haben und ich muss dann irgendwann springen, wenn ein Würfel kommt. Okay, drück den Button wieder. Sonst funktioniert es nicht. Okay, jetzt. Wann kommt der nächste Würfel? Jetzt kommt der nächste Würfel. Scheiß Würfel. Warum kam der so langsam? Okay, ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal machen. Yay. Press the Button. Einmal. Oh, du hast mein Portal umgesetzt. Scheiß. Oh. Ich hatte ihn auch fast. Okay. Okay, dann nochmal. Aber ich verstehe schon mal die Logik dahinter. Ja. Einer von unten muss den Button... Irgendwie drücken. Chirani! Falsches Passage. Also nochmal. Chirani! Chirani! Mo. Au. Epic. Garnel! So. Go, go, go! Hä, warum fliegen... Warum kommen die dann so langsam eigentlich immer? Und da sind die schon dann immer durch. Ich glaube, die sind dann schon immer durch. Ah, die sollte einfach irgendwann mal anfangen zu jumpen. Irgendeiner hat mein... Ah, fast. 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 Auf der Unternecke... Wenn der Interesse hier so. Tja, was geht das? Was geht das denn jetzt? Nämlich? Ich bin jetzt und ich bin jetzt so, ich bin jetzt... In einer und in einer. Wann. Ich fliege immer zu früh. Ja, ich habe den fast. Das war eine halbe Sekunde, wenn überhaupt. Okay, dann mache ich einfach mal den Button smashen, oder? Ich würde ja gerne hier über das Geländer springen, aber... So. Irgendwie bin ich gerade eben gefailt. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Okay, dann mache ich einfach mal den Knopf und duschen. Oh. Scheiße, das war dein Panel. Was ist das? Ja. 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 Ja.